Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Dragon's Dogma, Dark Horizon. Wir sind schon Hexen im Welt. We must ford this river to reach the British Sea. We shall only cross. Oh... Squinix. I now know I live in this forest in between. And not to stab them at this place. The river is our right to fill this place. Well, take this forest. Churps. The wood is uncommon dense. Almost as it is used to hide all the way. There has to be a fire here. I'll be the fire in the woods. Was? Gott, ich... Okay. Valka... Er ist fast am sterben. Heile sie doch mal. Kann er die nicht heilen? I'll take that. Aber geh mal. Karte mal, wo müssen wir denn hin? Ah, ich hab den Aufdruck nicht. Okay. Jetzt wird's aber nicht recht. Gucken wir dann weiter? Äh, ja. Wir sind nicht bereit. Wir sind nicht bereit. Wir sind 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 deshalb bereit. Mach doch nicht so was. Würdet ihr mir... Das ist ein Weg. Ich habe doch eine Kisse hier gesehen. Hier sammelt nichts. Also ich halte alleine. Oh ja. Nicht. Danke. Magik. All art similar. Pains thick in the air. Bunt. Ist nicht los. Wir nehmen magic. Insights. Ist es die Leer, Saren, in die Wurz? Fini. Mit magic. No longer. Wird nur die Inhabitur Host. Ich habe die Banzine gelangen. Ich hab die Banzine gelangen. Bitte sehr. bitte bitte. Ich werde dir für alle anfangen. Ich werde dir dir in der Folge. Wir müssen endlich gewinnen. Willkommen auch direkt. Die Wundern oder? Ich werde die Banzine 걸로 rauskommt. Ich bin nicht mehr. Kommt! Was Darmes kam es? Ein Hüscher hat sein Leben verbirgt und ist in sein Reich zurückgegangen. Oh, nö. Los, wir rennen jetzt. Ich sammle ein paar Pflanzen. Götlanddost. 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 Unser Magier ist fort. Ja, das kann ja lustig werden. Jetzt müssen wir uns einen neuen besorgen. Und rein in die gute Stube. Hallo? Beggein' dir Entschuldigung, aber wir suchen die Wäscher von diesen Wäschern. Oh? Eine große und ängelte Frau? Vielleicht hast du sie gesehen? Die Wäscher? Die Wäscher? Die Wäscher? Ja. Wo können wir sie finden? Ich würde sie fragen, ob sie in einem grossen Fall. Sie ist totale. Sie ist totale. Sie ist totale. Sie müssen. Oh. Was von Ihnen, dann? Know Sie von den Drakken? Kannst du die Wäscher sprechen? Gran hat mir gesagt. Die Wäscher wissen. Die Wäscher wissen. Die Wäscher, die Drakken. Die Wäscher, die Wahrheit. Die Menschen, die für die Wahrheit außerhalb der Wäscher, sind die Wäscher. Sie sind ein heretisch. Also, so, so, your grandmother told you not of the dragon, that the faith might leave you be? Yes. Then it seems we must turn to the faith if we are to learn more. You have our thanks. We leave you in peace to return to our village. We'll leave you there, A swiss? Yes. She's all back. Treasure perhaps? Might I, might I know you? You see? I wonder what's inside. Ich habe keine Flasche. Sandro. Wir nehmen natürlich alles mit. Das haben wir kennenzulassen. Wir haben nichts zurück. Nein. Ja, gut. Das heißt für uns. Wir gehen auch. Sie rennt wieder alleine vor. Keine Angst vor Wölfe, vor nichts. Das ist so eine Pflanze, die wir mitnehmen. Ein paar Pilze. Große Nuss. Kleine Nuss. Weitere Pilze. Eine sternklare Nacht. Hä? Oh, wir nehmen uns einen Stein. Weiter. Weiter. Nicht zu schnell. Wir sind die Hälfte. Oh, wieder ein Stein. Aber ich habe noch nie was zu schürfen jetzt gesehen. In der Dunkelheit mögen euch eure Ohren mehr verraten als eure Augen. Okay. Ein Mangel an Lampenöl könnte die ewige Finsternis bedeuten. Ja. Also mal leere Flaschen mitnehmen. Nicht in der Ferne muss nicht menschlich im Ursprung sein. Habt ihr eine lange Reise vor euch, solltet ihr nur tagsüber reisen. Ja. Zwei Hände. Trag die Uckschwelle. Lassen geht die außer schnell zur Neige. Da, Master! Wolves! Ah, okay. Übergeben an die. Übergeben an das andere. Bin immer noch schwer. Laufhung, erhöht den Widerstand gegen Eis. Ich habe da ein paar Steine gesammelt. Spachtel, Tablett, Fuß, Eisen, Munzen, Figur. Schlaffpfeile und Sandung. Ich bin immer noch zu spüren. Dann müssen wir jetzt durch. Was ist das? Bier! Oh. Hier ist es. Ich habe den König. Die König, was du am Anfang verdient. Stray the leader, first! I'll strike her! I'll strike her! Where? Okay... Okay... Noch irgendwas hier? Gut. Sammeln wir mal. Kommt eigentlich Rock jetzt wieder? Wenn wir... Riftstein singen? Wieso kommen wir hier raus? Ja. Okay. Dann geben wir... Ja. Mein Heimat. Wir werden jetzt Paul Bescheid geben, wegen dem Brunnen. So, dass wir das erledigt haben? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Es ist ein Relief in allem, was du tun hast, Coz. Hier. Ich lebe dir zumindest so viel, für alles, was du getan hast. Ich versuche, zu lernen, von deinem Beispiel. Ich verabschiede mich an einem Soldat, fit für die Lande und ihre Menschen. Ja. Mach das. Achso. Was ich nicht gemacht habe, ich war nicht bei der müösen Frau. Da war ich nicht. Am Fluss. Schwung läuft. Ich brauche ein... Ist Rock vielleicht noch da? Stufe 11. Halandra. Hallo. Warte. Ich gucke erst mal. Niraya. Mein blauer Zwerg. Elfe. Mein Milchgurie. Ja. Ja. Tuka. Ich nehme dich, Halandra. Ja, Arisen. Ich nehme dich, Halandra. Gut. Dann haben wir wieder einen. Ein... Barock war ja nur für... So. Moment. Wir sind Stufe 11. Valka, ich verabschiede mich von dir. Und... Ich nehme dich mit. Ja. Ich nehme dich mit. Ja. Dann lebt wohl. Ja. Du bekommst... Ja. Ich nehme dich mit Wasser. Ich nehme dich mit Wasser. Und... Ich nehme dich mit Wasser. Es war mir eine Freude. Okay. Okay. This pond stands proud of what we've accomplished. May our paths cross again. Ja. Okay. Okay. Dann sagen wir jetzt noch ihrem Papier Bescheid. Geben die Quest ab. Okay, da müsste er dann auch in der Linie sein. The life of a salesman surely has its own choice. That was a dragon for true. The first in 50 years they say. Thank you. Uh, isn't there? Ah, stimmt. Am Schlafen, wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir säubern uns erstmal. Also, werden wir erstmal hier alles los. Äh, das war halt. Ich will. Ein Lager. So. Jetzt ein bisschen Baumsaft mit dem man personlöschen kann, die Feuer gefangen haben. Wieso hast du es nicht mehr gegeben, Sandro? Was haben wir denn hier? Stummholzer. Okay. Was haben wir denn hier? Stummholzer. Was ist denn? Was ist denn? Gottses? Was ist denn das? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist eine Village für die reflecting des Films? Okay. Nee, ich bin so kaputt. Aber... ... 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 Okay. Ja, das ist jetzt noch... Ich nehme... Ich nehme... Ich hab jetzt zwei mit mir. Okay. Äh, wo ist denn der Schlüssel? As you will. Wollen wir noch was zum Einlagern? Guck mal, ich hab's mal wegmachen. Ah, ne, ist bald. Ne, die Getränke behalten. Jetzt können wir noch einlagern. Guck mal, ich hab's mal wegmachen. Aha, glätten Arme. Einlagern. Guck mal, ich hab's mal weg. So. Dann. Schönen wir noch ein bisschen rum. Dann beenden wir auch erstmal den Part. Gut. Zugriff auf den Server. Das dauert immer ein bisschen. Na komm. Okay. Das heißt, wir sagen dem noch Bescheid und dann... Are your travel preparations complete? Das ist ein bisschen. Gut. Was ist hier? Ja. Bitte schön. Beweis. Gut. Abgeschlossen. Dann... ...kaufe ich noch eine Lampe? Für... Ja. Ich brauche... ...eine. Und... Ist das was an Waffen? Nein. Könnten wir auch... Nein, nein. Was? Ich brauche keine Spitzhacke. Äh... Was? Was? Ich muss verkaufen. Was? Ich brauche nicht. Ich brauche nur noch mehr, die ich hatte. Ich brauche noch mehr. Ich brauche immer noch mehr. Was? und dann war doch das ich bedanke mich jetzt erstmal fürs zusehen daumen hoch kommentar tipps und tricks wie immer ich mich sehr darüber freuen und im nächsten part geht es dann weiter bis dahin adios